Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Finn und wir wollen uns heute natürlich wieder mit den relevantesten und interessantesten Themen im Kryptomarkt beschäftigen. Timo und Liam sind natürlich auch wieder mit dabei und wir schauen uns erstmal, was für heute alles zu sehen werden. Wir werden erstmal über Ethereum und Bitcoin-Dominanzen sprechen bzw. was wir daraus ablesen können. Danach werden wir uns damit beschäftigen, was wir aktuell auf den Charts sehen können bzw. das so ein bisschen mit den On-Chain-Daten von eben vergleichen. Danach werden wir uns natürlich die richtigen Charts anschauen mit Liam, mit den wichtigsten Chart-Pattern, den wichtigsten Timeframes und so weiter und so fort. Und als letztes wird Timo euch dann noch zeigen, warum der Kryptosektor aktuell ein ganz großes Maß an Commercial Activity bekommt, also sozusagen in Anführungszeichen institutionelle Investoren. Und jetzt ganz kurz, bevor wir den Content rein starten, einmal ein herzliches Dankeschön von unserer Seite. Wir kriegen aktuell wirklich einen tollen Support von euch. Macht doch gerne mal auf dieses Video wirklich wieder die 40 Likes voll. Das würde mich extrem freuen. Schaut mal drunter, ob sie gerade noch nicht voll sind, dann macht es auf jeden Fall mal voll. Und gerne natürlich auch einen Kommentar schreiben für alle, die neu sind. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, seid ihr jeden Tag bis 14 Uhr up to date. Zudem natürlich, wenn ihr erfahrene Trader seid, könnt ihr gerne auch in die Videobeschreibung gehen, euch über unseren BitCat-Link anmelden. Kriegt ihr nochmal bis zu 4.100 Dollar Gebühren, 15% niedrige Gebühren. Oder könnt ihr euch natürlich auch gerne unser BitCat-Trading-Tutorial anschauen. Seht nochmal mal ein paar kleine Tipps und Tricks dabei und die neuen Features vorgestellt. Ich würde sagen, wir springen jetzt auch sofort rein in den Content. So, und somit wollen wir uns jetzt auch mal die On-Train-Daten anschauen. Wir werden als allererstes mal hier über den Ethereum-Bitcoin-Chart sprechen. Und hier geht es natürlich darum, was ich euch eben schon gezeigt habe, kurz, dass wir bei Ethereum bzw. bei Bitcoin jetzt nicht die Dominanzen von Bitcoin brechen sollten. Beziehungsweise, wenn wir sie brechen, wird es auf jeden Fall einen sehr, sehr rasanten Move geben. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen hier einmal den Ethereum-Bitcoin-Chart. Was heißt das Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin? Hier ist es natürlich ganz klar, wenn wir jetzt hier nach oben hin ausbrechen, würde Ethereum nochmal verhältnismäßig deutlich, deutlich stärker pumpen als Bitcoin. Genauso aber hier die Bitcoin-Dominanz gegenüber allen Crypto-Assets. Wenn wir hier jetzt sozusagen unter diese Low-Punkte bei 40% fallen, könnte es natürlich nochmal sein, dass die Altcoins nochmal deutlich, deutlich stärker pumpen als Bitcoin. Aber was bedeutet es denn allgemein für uns? In meiner Ansicht, muss ich ganz klar sagen, bedeutet es allgemein für uns, ob wir jetzt hier rejected werden oder hier rejected werden, oder ob wir das Breakout sehen, ist eigentlich relativ egal. Denn, wenn wir jetzt hier rejected werden, gehe ich tendenziell davon aus, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass Bitcoin und Ethereum gegebenenfalls einen stark volatilen Move machen. Denn, das würde bedeuten für mich zumindestens, dass ganz klar Bitcoin, äh, das Ethereum ganz klar, egal ob jetzt Pump, also beim Pump würde Ethereum stärker pumpen als Bitcoin, und beim Dump würde Ethereum stärker dumpen als Bitcoin. Das heißt, jedes Breakout hier wäre eigentlich nur ein Anzeichen für uns, dass es entweder pumpt oder dumpt. Aber so oder so würden wir wahrscheinlich einen relativ explosiven Move sehen. Da wir halt eben, wie gesagt, davon ausgehen können eigentlich, nämlich, dass Ethereum durch etwas volatiler auf den nächsten Move reagieren wird, als Bitcoin, weil das eben jetzt in den letzten Wochen und Monaten definitiv immer der Fall war. Das heißt für mich ganz klar, es ist sehr interessant, dass wir aktuell hier wirklich diesen horizontalen Support haben bei der Bitcoin-Dominanz, oder halt eben dieses, ja, nennen wir es Bull-Flag beim Ethereum-Bitcoin-Chart. Das könnte auf jeden Fall darauf hindeuten, dass wir einen extrem volatilen Move sehen könnten. Wir werden uns jetzt kurz nochmal Bitcoin anschauen hier, und zwar dieses Pattern, aber ganz klar ist auch, wir werden uns morgen auf jeden Fall mal Ethereum anschauen, also schaltet morgen auf jeden Fall auch wieder ein, wenn ihr nichts zu Ethereum verpassen wollt. So, wenn wir uns jetzt das Ganze hier mal anschauen, sehen wir 2019 hatten wir jetzt schön beim Boden des Bärenmarktes eine schöne Reversal, Exponential Reversal-Kurve hier. Das Ganze haben wir jetzt 2022 jetzt auch gegebenenfalls. Einzigste Sache, auf die wir jetzt natürlich achten müssen, ist wie gesagt diese Lominanz, die wir uns eben angeschaut haben. Wenn wir jetzt hier einen Pump bei Bitcoin sehen könnten, könnte es sehr gut sein, dass Ethereum stärker pumpt, wir also den Breakout nach hier oben sehen werden, und das Breakdown, sag ich mal, nach hier unten. Genauso aber natürlich, wenn Bitcoin jetzt hier nach unten crasht, könnte es natürlich sein, dass Ethereum stärker abverkauft wird als Bitcoin, und dementsprechend wir hier definitiv nochmal einen Drop hier sehen, und dementsprechend einen Bounce hier nach oben sehen. Also, aktuell wirklich extrem, extrem interessantes Marktsentiment, die Charts noch extrem interessantes halten, bleibt auf jeden Fall dran, wenn Liam euch jetzt die wichtigsten Price-Tage in diesen neuesten Patterns zeigen. Okay, Leute, dann auch nochmal herzliches Willkommen zurück von mir hier an dieser Stelle. Wir wollen uns wie immer heute die Charts anschauen, und zwar von Bitcoin auf dem Weekly, Daily und Auli-Timeframe, und zwar sieht es momentan sehr, sehr gut aus, wirklich. Bitcoin hat ja hier die nächste fette positive Weekly Candle gebracht. Die Weekly Candle ist momentan über dem 0,5er Fibonacci-Level, über unserem Widerstand bei 24.200 US-Dollar, und bewegt sich ganz sicher und ganz allmählich auf das 0,618er Fibonacci-Level zu. Das sieht alles in allem natürlich sehr, sehr gut aus, wenn Bitcoin diese Weekly Candle so schließen sollte. Denn wenn diese Weekly Candle so geschlossen wird, wird die nächste Weekly Candle recht wahrscheinlich hier nochmal einen kleinen Retest machen, und dann aber das 0,618er Fibonacci-Level antesten, und dann können wir vielleicht nach einem Breakout wirklich sicher von einem Reversal sprechen, was wir dann zunehmend auch in der Zukunft auf den Bitcoin-Kurs auswirken, sehen werden sollten. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal genauer anschauen, dann erkennen wir auch direkt, dass wir hier immer noch einen sehr, sehr niedrigen RSI bei Bitcoin haben. Wir haben hier immer noch einen RSI bei ungefähr 37 bis 38 Punkten, auf jeden Fall unter 40 Punkten, und das lässt natürlich auch sagen, dass wir bei Bitcoin noch nicht sonderlich oversellt sind, eher gar nicht, wir sind eher noch oversellt und sind noch gar nicht overboard. Und das sieht natürlich danach aus, als würden wir dann hier bei Bitcoin wirklich noch eine deutlich größere Long-Bewegung haben. Und außerdem sind wir ja bis jetzt auch erst nicht sonderlich viel hochgegangen. Wir sind bis jetzt erst ungefähr 40, beziehungsweise beim Peak 42 Prozent hochgegangen seit dem niedrigsten Punkt, und das ist natürlich immer noch einigermaßen wenig. Wir würden bei Bitcoin dann jetzt wahrscheinlich, wenn man sich den RSI anschaut, schnell mal in Ranges wie in diese 31.000 bis 32.000 US-Dollar gehen, wo wir den letzten sicheren oder den letzten großen Widerstand haben. Natürlich könnte der hier auch auf Peaks eingezeichnet sein, aber ich habe den jetzt hier einfach mal ungefähr so eingezeichnet. Man kann sich aber ungefähr im Kopf behalten, dass das ca. bei 30.000 US-Dollar ist, und bis dahin könnte Bitcoin auch locker pumpen, wenn wir jetzt die Energie und die Kraft haben, hier auf jeden Fall diese zwei wichtigen Widerstände hinter uns zu lassen, das 0,5er und das 0,618er Fibonacci Level. 0,5er hatten wir jetzt schon Closest drüber, und 0,618er steht jetzt noch als letztes aus. Wenn wir jetzt nochmal auf den Daily Chart gehen, dann können wir auch hier direkt erkennen, dass wir jetzt hier das erste Mal wirklich nach diesen drei Versuchen hier einen Daily Close über dem 0,5er Fibonacci Level hatten und einen Daily Close über diesen 24.200 US-Dollar hatten, die ja auch definitiv ein wichtiger Widerstand sind. Was jetzt als nächstes passieren kann, ist natürlich, dass Bitcoin hier erstmal an die obere Linie, beziehungsweise an das 0,618er Fibonacci Level geht, hier bei 25.600 US-Dollar. Aber es ist natürlich auch gut möglich, dass Bitcoin hier nochmal einen Retest hinlegt von dem 0,5er Fibonacci Level, denn dieser war zwar gestern auch, aber es sieht momentan ja nicht danach aus, als würden wir hier weitergehen, denn wir haben anscheinend hier einen nächsten Widerstand bei ungefähr 24.900 US-Dollar gefunden. Dementsprechend, Leute, bereitet euch auf jeden Fall darauf vor, es sieht momentan einigermaßen gut bei Bitcoin aus. Wir waren zwar immer noch nicht wieder auf der unteren Support-Linie des Uptrend-Kanals, das heißt, es wird auch zunehmend wahrscheinlich, dass wir hier nochmal einen kleinen Retest haben werden, aber wir müssen natürlich auch sagen, dass auf dem Weekly-Chart gesehen der RSI so niedrig ist, dass es sehr gut sein kann, dass wir hier erst nochmal weiterpumpen und Bitcoin ist ja wie gesagt auch seit dem Boden, sage ich jetzt mal, erst 40% wieder hochgegangen. Wenn wir uns jetzt nochmal den Hourly-Chart anschauen, dann können wir auch hier perfekt erkennen, dass wir hier nochmal dann durch diese 24.200 durchgerauscht sind, nachdem das jetzt zwei Tage lang etwas unklar war und dass wir hier diesen neuen Widerstand bei ungefähr 24.900 US-Dollar waren, wo der Stundenkurs jetzt schon zweimal gescheitert ist. Also, Leute, ich hoffe, ihr konntet hier was Wichtiges mitnehmen. Behaltet dieses Level hier auf jeden Fall im Auge, diese 24.200 und das 0,5 war Fibonacci-Level. Wenn der Bitcoin-Kurs da jetzt drüber bleibt, dann können wir auf jeden Fall damit rechnen, dass wir hier erstmal in Bereiche von 25.000 bis 26.000 US-Dollar gehen werden. Yo, Leute, das war es jetzt mit dem Video und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn jetzt kommt der News-Part mit Timo und davon solltet ihr am besten nichts verpassen. An dieser Stelle auch ein herzliches Hallo von meiner Seite und heute soll es einmal im News-Part um eine sehr interessante Expertenmeinung gehen. Wir wollen uns einmal gemeinsam die Ansichten von Anthony Scaramucci anschauen. Er ist unter anderem ehemaliger Kommunikationsdirektor im Weißen Haus gewesen, hat sehr gute Beziehungen in die Politik zu der Biden-Regierung, zu der ehemaligen Trump-Regierung und vor allen Dingen ist er ein großer Bitcoin-Enthusiast. Er hat unter anderem einen Hedgefonds, den er leitet, Skybridge. Dieser ist auch schon seit einigen Jahren im Bereich der digitalen Assets tätig und nun hat er eben in einem Interview seine Ansichten zu der aktuellen Bodenbildung sowie aber auch der Zukunft und dem Anwendungsbereich von Krypto geäußert. Das wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. Zuerst einmal, in den letzten Tagen haben wir einen unglaublichen Pump an den Kryptomärkten gesehen. Das Ganze haben wir bereits schon in einem letzten Video geklärt. Hängt natürlich mit den Daten zum Verbraucherindex zusammen, also mit den Inflationsraten. Diese sind wesentlich besser ausgefallen, als es erwartet wurde. Deshalb natürlich der Pump am Markt. Nun aber, wie gesagt, der Hedgefondsleiter Enfury Skyramuji mit einer sehr, sehr interessanten Ansicht für die Zeit nach eben dem Ethereum-Merch sowie aber auch eben nach dem Bärenmarkt. Und zwar denkt er, dass in Zukunft viel mehr Lebendigkeit im Kryptomarkt erwartet wird. Was bedeutet diese Lebendigkeit und was meint er damit? Er spricht davon, dass natürlich mit unter anderem der Verbesserung des Lightning-Netzwerks sowie aber auch immer mehr Anwendungen, Apps, die beispielsweise auf der Ethereum-Chain entwickelt werden, natürlich auch die Adoption, die Anwendung von Bitcoin sehr viel mehr steigen wird. Erstmals werden wir vielleicht kommerzielle Aktivitäten sehen im Sinne von Online-Zahlung sowie aber auch eventuell die Zahlung zwischen Privatpersonen. Und genau das Ganze wird sich natürlich auch nochmal positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken. Vor allen Dingen natürlich aber die kommerzielle Aktivität. Mit jedem Jahr, die der Bitcoin besser und besser performt, etabliert sich Bitcoin natürlich aber auch als einfach globales Finanzprodukt sowie aber auch als ein Zahlungsmittel. Sehr interessant, Scaramucci hat auch nochmal seine Ansichten zu Merch geäußert. Zwar spricht er davon, dass der Merch im Großen und Ganzen positiv ist und natürlich Transaktionsgebühren im Netzwerk senkt etc. Was aber eine super interessante Ansicht ist, dass er der Meinung ist, aktuell kaufen sehr viele Händler natürlich alles rund um Ethereum auf, um natürlich vorbereitet zu sein. In seinen Augen wird es aber zu einem sehr, sehr großen Sell the News beziehungsweise zu einem großen Abverkauf kommen, sobald die Nachricht der Fusion erstmal öffentlich ist beziehungsweise der Merch gut geklappt hat. Dann sehen wir wahrscheinlich einen größeren Flash Sale. Das denkt er. Ob das Ganze so eintreten wird, müssen wir uns anschauen, wenn es soweit ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass eben, wenn der Merch am 15. September stattgefunden hat, wir einen größeren Flash Sale sehen. Im Großen und Ganzen spricht er aber auch nochmal von langfristigen Investitionen. Das Ganze finde ich auch einen sehr, sehr guten Punkt. Er spricht davon, ob man in sechs Jahren, wenn Bitcoin bei beispielsweise 300.000 Dollar stehen sollte, bei 20.000 oder 60.000 Dollar gekauft haben wird, beziehungsweise gekauft hat, dann macht es auch keinen Unterschied mehr, wo der Einstiegspreis liegt. Deshalb eben gerade bei Kryptowährungen langfristig immer wieder nachkaufen zu verschiedenen Zeitpunkten. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr interessante Expertenmeinung, gerade eben auch, wenn es um die kommerzielle Aktivität bei eben, sage ich mal, Bezahlungsmethoden geht. Im Großen und Ganzen kann man natürlich sagen, dass das Ganze stimmt und wir erstmal positive Entwicklungen auf den Kryptomarkt sehen werden, sollte das Ganze so eintreten. Aber man muss dazu sagen, aktuell sind wir noch nicht hundertprozentig aus dem Bärenmarkt raus. Es sieht sehr gut aus. Wir sehen gute Entwicklungen bei den Kursen. Trotzdem könnte es aber nochmal zu größeren Abverkäufen kommen und somit wäre dann eben auch seine Einschätzung erstmals wieder hinfällig. Das war es jetzt soweit zum Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Jeden Tag Content bis 14 Uhr. Das war es soweit von mir. Bis morgen zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.